Morgen ist es soweit. Meine Tour über Leben unter Kollegen live geht wieder los. Nähere Infos findest du hier in den Shownotes oder im Netz. Willkommen bei Der Job Coach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Ich gucke ja ab und zu mal, welche Folgen hier am meisten gehört werden. Und dazu zählen die Folgen zum Thema Gehaltsverhandlungen. Und deswegen bekommst du diesmal drei Quick-Tipps, drei schnelle Tipps für eine erfolgreichere Gehaltsverhandlung. Tipp Nummer 1. Steig in das Gehaltsgespräch mit deinem Chef nicht ein mit dem Satz, Chef, ich will mehr Geld, sondern sagt besser sowas wie Chef, ich möchte gerne mit dir über meine Entwicklung und meine Perspektiven im Unternehmen sprechen. Dadurch erzeugst du weniger Widerstand. Und, das habe ich schon mal an anderer Stelle gesagt, benutze nicht unbedingt das Wort Gehaltserhöhung in dem Gespräch, sondern eher Gehaltsanpassung. Der Gedanke dahinter ist, dass dein Gehalt an deine Leistung angepasst wird. Auch dadurch baust du weniger Druck auf und gibst dem Ganzen eine andere Perspektive. Tipp 2. Vergleiche dich nicht mit Kollegen. So nach dem Motto, ja, meine Kollegin, die macht ja so einen ähnlichen Job wie ich, aber die verdient viel mehr und das will ich jetzt auch haben. Wenn du das so machst, dann wirkst du nicht besonders stark. Stärker wirkst du, wenn du deinen persönlichen Nutzen nennst, den du dem Unternehmen gebracht hast. Vielleicht hast du einen Prozess optimiert, wodurch die Arbeit schneller geht. Oder du hast neue Kunden akquiriert. Oder du hast einen Posten gefunden, bei dem die Firma viel zu viel Geld zum Fenster rausschmeißt. Du hast vielleicht irgendwas anderes getan, was den Umsatz steigert. Alles, was du dazu beiträgst, dass die Firma besser dasteht, all das solltest du als Argument nennen, warum du eine Gehaltserhöhung verdient hast. Und Tipp Nummer 3. Wenn es dann darum geht, dass dein Chef sagt, okay, was hast du dir vorgestellt als neues Gehalt, dann mach nicht den Fehler, dass du einen Verhandlungsbereich nennst. Also sag nicht sowas wie, naja, mein neues Gehalt sollte so zwischen 500 und 700 Euro höher sein. Denn wenn du das machst, dann wird dein Chef zu 99% Wahrscheinlichkeit die unterste Grenze nehmen, wenn überhaupt, also die 500 Euro. Deswegen nenn einen konkreten Betrag, den du gerne mehr hättest. Auch dadurch wirkst du selbstbewusster. Und amerikanische Forscher haben herausgefunden, wenn du einen krummen Betrag nennst, also anstelle von, ich hätte gerne 600 Euro mehr, wenn du da sagst, ich hätte gerne 616 Euro mehr oder irgendeinen anderen krummen Betrag, auch dann wirkst du überzeugender, weil dein Chef sich denkt, wenn der so einen genauen Betrag nennt, dann wird er sich Gedanken darüber gemacht haben oder wird recherchiert haben. Deswegen, je konkreter, desto besser. Das war der Jobcoach. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehle mich gerne weiter. Und wenn du selbst nie eine Folge verpassen willst, klick einfach jetzt auf den Abonnieren-Button und du wirst automatisch informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Wenn du mich mal live erleben möchtest, am Anfang habe ich es schon gesagt, ich bin ab morgen wieder auf Tour in ganz Deutschland mit Überleben unter Kollegen live. Den Link zu den Terminen und nähere Infos findest du hier in den Shownotes oder du googelst einfach nach Überleben unter Kollegen live. Schön, dass du hier dabei warst und bis bald. Vielen Dank.